Jo. Ich mag diesen Boomerang, ich werf den jetzt überall hin. Da, 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 da. Direkte Konfrontation mit einem Auge. Wow, du wurdest von einem Auge getötet. Der böse Blick. Jo. Oh, eine Schechel. Eine ganz normale Schechel. Oh, noch mal eine Schechel. Eine ganz normale Schechel. Blood Moon, bald fertig. Crocodile Hunter. Oh, voll ins Dorf. It's a magical pony, flying to the air. Sag nicht, du guckst auch das. Was? Sagst du auch MLP, oder was? Augen! Do no work. Mark? Ja? Hm, lass mal einen Haufen Zombies vor unserer Haustüre ansammeln. Ich lass erstmal... Mushroom! Om nom nom. I said good day, sir. Schon ist jemand abhängig. Ich hab Pilze gegessen. Hey, nur weil ich Pilze gegessen habe. Oh Leute, wenn's Tag ist, dann gehen wir mal in Richtung... Rechts? Ehm, der Holt gerotten bin? Hehehe. Ja. Broken Hunter! Nope. Denied. So wird mein Vertreter los. Aufmachen und abschlachten, oder was? Ja. Hat dich gerade ehrlich die Tür direkt vor dem Zombie aufgemacht? Derp. Man macht hier auf und schmeißt ihnen... Boomerang ins Gesicht. Nein, Handgranaten. Die Zombie sehen doch so aus, als ob sie verwundet sind. Fühlt sich bestenfalls mit Handgranaten selber. Ja, impregnete Skull. Genau. Schwangerer Schädel. CD, wir bringen dir einen Obsidian-Schädel mit, ne? Jo. Heute ist das Tag. Mark. Mitkommt. Beifuß. Komm mal mit. Komm ja. Die Vertreter verprügeln. Oh nein, Hase. Kaninchen. Oder was dazwischen. Ähm. E. Interracial. Und Wurm. Ja, Kaninchen haben des öfteren mal Würmer. So meinte ich das aber nicht. So meinte ich das aber nicht. Stehst du echt nur da rum oder leerge ich wieder? Nein. Du lergst nicht. Stehst du echt nur da rum oder leerge ich wieder? Du lergst nicht. Du rennst mir hinterher. Und mir standst du nämlich rum. Uh, da hast du wieder Minus 10 Leben gehabt. Wär der Feind? Jo. Steht der denn echt Minus? Jups. Ach du Kacke. Philipp, wie soll ich denn da hochkommen? Ja. Klar nicht. Lauf durch die Höhle. Ich grab den Gang. Benust die Pfanne. Sie. Hier unten ist aber korrupt. Hier unten sind alle korrupt. Glow Sticks. Warum liegt hier unten so viel Zeug? In der Kiste. Wahrscheinlich Müll. Der hat Minus 11 Leben. 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 Vielleicht schon. Wer immer zu viel davon hat. Und wie lange Öl für die Plo-Sticks kann nun voll die Raver Party machen. Bitte saug mich, hier hat Leben drin. Ein Healing Potion. Nein, ich mag Leben. Ein Healing Potion. Bäm. Ich frag mich wegen dem grünchen Lime. Das ist bitter. Oh, Hex! Leben. I said, good day, sir! Warum kriege ich Seeds? Ich habe das Teil noch gar nicht. Du bist ehrlich auf meinen Kopf gesprungen. Ja. Wäre ich hier durchgerannt und habe ein paar Seeds gemacht? Ich kriege Seeds. Nö. Dann schenkst du mir in die Mühle. Da bin ich ein Maschloom. Diese Schlucht hat, glaube ich, da jemand gemeint. Oh, Wüste in dem Wald. Ja! Du hast Double Jump und kannst hier rumderpen und ich muss klettern. Ja! Da ist jemand runtergeflogen. Ja! Wenn du es bis hierhin zu mir schaffst, dann kriegst du meinen Enterhaken. Da ist übrigens gerade in Fallen Star in die Höhle reingefallen, genau auf meine zerstrückten Gedärme. Den zerstrückten? Mhm. Mhm. Uh. Das Mal bin ich jetzt richtig in der Wüste. Ich sterbe wegen einem Vogel. Der hat doch einen Vogel. Philipp, wir müssen eigentlich mal LPT, Heart of Iron machen. Dann kannst du auch mal ein bisschen die Weltgeschichte kaputt machen. Äh. Ist doch schön. Weltgeschichte. Du, USA, in die Achse holen, ist immer lustig. Vor allem, wenn du dann noch mit den USA im Krieg bist, ne? So nach dem Motto, äh, äh, Parteimitglieder kapitulieren erst, wenn die gesamte Partei kapituliert. Das heißt, du wirst für immer und ewig mit denen im Krieg sein. Oh, hier wird's wieder korrupt. Ganz ehrlich, irgendwie gibt's hier so viel Korruption. Ja, hat hier ein gratis Loch runtergebuddelt. Im Zaun. Seit wann kosten Löcher denn was? Sie haben hier ein Loch gegrabelt, bezahlen Sie bitte 300 Euro. Das ist ja wirklich so. Schadenersatz. Ja, wenn du irgendwo grebst, wo du nicht darfst, aber so mitten in der Korruption. Ich bin aber in der Wüste. Und die Wüste gehört Ägypten. Wie rassistisch du einfach bist. Sie haben gerade genug Probleme. Oder nicht? Ich mag den Grapplinghook. Aua. Oh, ne Dschungelpflanze in der Halbwüste. Ähm. Ich glaub der Vogel hat gerottet Fliegen verlernt. Er ist noch runtergeflogen. So Sturzkampfbomber. Ja. Stukervogel. Was? Was? Glitzerter Rotmark. I don't know. I just, I'm just cleaning this house. Was? Ich nix wissen, ich hier nur putzen. Hm. Mushroom. So, willst du nicht Heiltränke haben? Ich glaub das ist schon abhängig. Ich hab Haltränke glaub ich. Da war doch diese Kiste die als Müll deklariert hat, wo so viele sinnvolle Sachen drin waren. Hier habt ihr immer mit Pfeilen rumgeschossen. Warum siehst du... Achso. Ich hab nur wieder den Überlag auf Doom. Oh, bei mir lagts. Ach ne, nicht so stark. Mark? Mhm. Oop. Receiving Tiledata. Hey, Mark, wie findest du mein neun Hut? Cool. Kann doch auch trinken. Ja, auf jeden Fall. Oh, so ein geiler Trinkhut. Das ist eines der seltenen Sachen. Das ist ein ziemlich seltenes Leiter. Und ja, ich chill jetzt hier. Komm, leg dich holz rum. Ich hab jetzt Poison, ich hab jetzt vergiftete Messer. Ich bin Ezio. Poison ist ein Knife. Ich bin Ezio. Du bist endlos Eis, Diele. Boah, du bist so dumm, Mark. Ich bin nur so dumm, wie ich sein will. Achso. Das ist der Vorteil zwischen dir und mir. Polo. Was ist da unten? Nichts. Doch, ich bin hier. Hast du keinen Grab-Henguck? Das wär ich verarschen. Sprich! Nein! Alter. Bist du echt so OP oder tust du nur so? Der war cool, der Worf. Der war awesome. Das war echt geil mit... Alter, Wüste. You kidding me. Das ist die Ähnliche Wüste. Warum find ich immer wieder Geld? Autsch, Pironio. Toll, Mark. Ich ziehe mich genau durch den Gegner. Tut doch nur ein bisschen weh. Und ja, ich mache so eine Art Camping. Und wie soll ich jetzt hier rüber... Ich glaub, da hat jemand ein paar Probleme. Ein Baum unter Wasser. Super. Ich muss mir das noch mal ein bisschen überlegen, wie ich das hier mache. Ich weiß ja schon, dass Dschungelbäume viel Wasser brauchen, aber unter Wasser... Mark. Ja. Du hast ein bisschen verkackt. Ja, ich weiß. Hi. Vor dir da. Guck dir diese Konstruktion an, auf der ich stehe, Mark. Die ist komplett symmetrisch. Oh, so pervers. Warte, 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 warte. Willst du mich verarschen, Baum? Weiche. Weiche Abbauung. So, jetzt ist es fisch. Oh, nee, ey. Oh, Gott. Parties. Care Package? Was? Ähm. Bulger. No. Was zur Hölle? Der Dschungel ist riesig. Du nichts sagst. Oh, da hat jemand Maki benutzt. Jaaaa. Ich bin am Wehr angekommen, aber es ist immer noch Dschungel. Wie geht das? Du bist wo angekommen? Am Meer. Und wo ist der Meteorit, bitteschön? Das frage ich mich auch gerade. Oh, die Meeresskiste. Wenn der im Wasser liegt. Hey, hier ist eine Kiste. Wooden Error. Autsch. Seh die? Hm. Wo ist der verkackte Meteorit? Könnte link im Wasser sein oder rechts. Guck mal rechts. Ah. Ich gebe, ich begehe schon mal Suizid. Warum? Außer ich habe so einen Lag, dass bei mir der Meteorit einfach nicht geladen ist. Ohne Scheiß, ich habe das überlebt. Führt mich, Wurm. Ah, ich habe ihn gefunden. Ah, Hilfe. Im Ernst, jetzt? Ja. Im Wasser? Yep. Und ich sterbe jetzt dann gleich. Ich deny gerade die Existenz von diesem Wurm. Ich habe es mal noch geschafft, aber ich habe keinen Stein mehr. Und dafür bin ich jetzt gestorben. Ich fragte mich gerade, was so glitzert und auf mich zukommt. Bin ich eigentlich dumm, oder was? Und deshalb bin ich gestorben. Weshalb bist du gestorben? Ja. Damit will er sagen, er hätte gar nicht sterben müssen, aber er ist trotzdem verreckt. Hm. Jedes zweite Stein wird abgebaut. Eine Frage, Leute. Kann mir einer von euch sagen, warum, wenn ich die Schublade aufmache, jetzt die Ds und eine Festplatte rumliegen? Keine Ahnung, Spaß. Hier, der braucht mal eine Festplatte. Mit seiner Schublade. Ach Gott, ist das dumm. Jungen. Jungen. Ich bin jetzt jung in hier. Jungle. Das hier ist nicht Dota. You sure? Yes. Slime, hör auf mich durch Lag zu trollen. Ich geh nochmal in die Hölle. Tschüss. Mach du das. Was hat der Dschungel für eine schrottige Musik? Kann es sein, dass man sich auf den Meteoritenstein trotzdem verbrennt, auch wenn man... Unterwasser? Ja. Ja, gut. Ja, dann warte doch, bis die Cavalry mal hier ist. Ich habe nämlich so einen schnulzigen Obsidian-Kopf. Du meinst, du schaffst es mal hier hin? Erstmal muss ich... Erstmal muss ich dieser Slime hier verarschen. Also, wenn du beim Brücken entdeckst, die jeder zweite Stein weg ist, dann bist du in der Nähe. Ja. Interessant, wie man bei Terrarianem schwimmen kann, aber dafür einfach höher springt. Oh, Vogel. Vogel! Das war eine Schledermaus. Das sieht aus wie ein hässlicher Vogel. Ein kaputtes Vogel. Und nein, ich renne jetzt nicht 8000 Fuß zu Sadie. Du kommst mit runter in die Hölle, ne? Ja. Ich geh mich jetzt da... Muss ich gleich in der ersten Höhle runter? Links, die Höhle musst du runter. Das ist die erste Höhle, die ich meine. Ja. Das sind nicht die Höhlen, die du meinst. Das sind nicht die Höhlen, die ihr sucht. Iiii? Marc, ich habe ein Problem dadurch, dass ich dir mein Crabtree gegeben habe. Ja, dein Problem. Jetzt habe ich kein Problem mehr. Arschloch. Da ist ein Kaninchen in der Höhle. Es ist suspicious. Töte es. Bevor es Eier liegt oder danach? Kaninchen legen, keine Eier. Dieses Kaninchen schon. Es ist ein Höhlenkaninchen. Was? Copper Coin. Oh mein Gott. Ich werde gerade von einem Mother of Schleim geowned. Nicht von einer Mother of Goat? Ich werde nicht von der Mutter der Ziege geowned. Das wäre nämlich leicht arm. Okay. Schleim. Schleim versus Ziege. Ich meine, es ist Schleim. Was soll es dir antun? Dich aufnehmen und langsam verdauen? Zum Beispiel. Das wäre nämlich ein Homer. Das wäre der Blob. Aber du willst mal sterben, du Scheißvieh. Ich werde jetzt hier oben an der Wand kleben, bis der Slime weg ist. Fick dich Slime. Ich frage mich ja, wie so ein roter Gelatine-Blob überhaupt irgendwas tun kann. Warum ist hier schwule Eichhörnchenmusik? Eichhörnchenmusik? Einhornmusik so rum. Ich gucke gerade mal auf mein Handy. Oh mein Gott. Du hast ein Handy? Nein. Ich lese folgende Nachrichten. Ah. Wirk. Zu viel Pfannkuchen und zu kurzer Zeit. Mein Magen ist hinten rum an und ich bin kurz vor dem Brechen. Was? Marc, falsche Richtung. You sure? Ja. Brauchen wir Sound? Ja. Immer noch sicher. Double kill.